Wir wollen ja überall perfekte Verhältnisse. Wir wollen perfekte Eltern, wollen perfekte Kinder. Perfekte Kinder wollen perfekte Schulen. Perfekte Bildungsministerinnen wollen perfekte Lehrer. Und jedes Mal, wenn man draufkommt, das funktioniert aber nicht, es gibt Fehler. Es sind Menschen, die hier agieren, die ihre Stärken haben und ihre Schwächen haben. Und da sind wir ganz entsetzt. Und ich finde, wir sollten uns hier auch mal so ein bisschen in einer kritischen Selbstreflexion wieder zurückbesinnen darauf, welcher humane Wert eigentlich auch darin liegt, dass wir wesensinde Fehler machen können.